So fing es also an, es wird Zeit zu erfahren, wie es endet. Untertitelung des ZDF, 2020 Suchst du immer noch den Koffer, Bronco? Hier wirst du ihn nicht finden. Musik 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 Was hast du vor? Musik 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 Olaf und Bronco? Musik Man versteht kein Wort. Musik Und schon wieder jagen wir uns hinterher. Musik Zeit für Ruhe. Musik Ich möchte, dass du den Koffer behältst. Ich habe keine Lust mehr auf den Kampf. Immer dieser Kampf. Überleg dir einen wohltätigen Zweck und spende die Hälfte dahin. Und mit der anderen Hälfte mach dir ein schönes Leben, Mädchen. Musik Aber ist das nicht ein bisschen zu gefährlich? Nicht, wenn du woanders hingehst, Mädchen. Ich werde aussteigen. Und dich haben sie so schnell wieder vergessen, wie du aufgetaucht bist. Aber Tatjana, ich brauche dich doch. Ich werde immer bei dir sein. Musik Musik Ich bin müde. Ich möchte nicht mehr. Seit Tel Aviv Hetze ich diesem Koffer immer wieder hinterher. Es ist genug. Viel Glück, Mädchen. Und glaub an dich. Musik 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 Jetzt beginnt deine Zukunft, Nählchen. Und meine Vergangenheit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020